Danke. Herzlich willkommen zur, ich glaube es ist schon die siebte Session der gemeinsamen DIF 2020 und nachhaltig digitalen Jahreskonferenz. Unser Thema ist ja Mobilität, das SDG 9 und mein Name ist Karl-Heinz Müller, ich darf das heute moderieren, gemeinsam mit Matthias Brucke, er wird am Anfang uns begleiten und wenn ich das richtig weiß, Matthias, musst du dann auch schon los, weil du leider einen Anschlusstermin oder sozusagen Terminkonflikt hast. Ich muss mich tatsächlich auch noch um zahlende Kunden kümmern nebenher, das ist ja hier etwas, was wir alles im Ehrenamt machen und wenn dann ein bezahlender Kunde sagt, ich muss dich dringend sehen, dann kann man manchmal nicht aus, aber das ist das Leben. Nee, also auch von meiner Seite sozusagen herzlichen schönen Nachmittag. Karl-Heinz Müller steht für die eine Organisation der Organisation, nämlich nachhaltig digital, wird da sicherlich gleich auch noch was zu sagen. Ich stehe sozusagen für die Fokusgruppe Intelligente Vernetzung im nationalen Digitalgipfel. Die DIF-Konferenz Deutschland intelligent vernetzt ist etwas, was wir schon seit vielen Jahren machen. Im letzten Jahr als Barcamp im Berliner Olympiastadion. Dieses Jahr ist es eher ein virtuelles Barcamp geworden. Und in der Vorbereitung, das Thema des diesjährigen Digitalgipfels ist ja Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und deswegen haben wir als Konferenzthema für diese Woche und es ist dann im Endeffekt eine Konferenzwoche geworden, das Thema nachhaltig digital für die Erreichung der in der Summe 17 SDGs, also der Sustainability Development Goals der UNO, der Nachhaltigkeitsziele der UNO. Und wir haben uns so die sieben aus unserer Sicht spannendsten rausgesucht, um diese gesamte Woche zu gestalten. Es wird morgen noch eine Session geben und morgen gibt es vor allem ein Abschlusspanel und zwar um 16 bis 17.30 Uhr. Morgen ist also noch eine Session für Klimaschutz und eine zum Thema Smart City. Und eine der, sagen wir mal, der Settings der Aufgabe oder dieser einzelnen Sessions ist zum einen natürlich interessante Inhalte, Futter zum Diskutieren. Wenn Sie sich das Programm auf der Webseite angeguckt haben, haben wir jetzt so einen ersten Teil, wo es, sagen wir mal, ein bisschen kuratierte Inhalte gibt. Wir haben Leute eingeladen, hier was zu erzählen und im zweiten Teil der Session finden vier parallele Sessions statt, die als Breakout-Räume innerhalb dieser Zoom-Session organisiert sind. Dazu wird aber Kollege Lorenz Schmidt und Karl Ernst, ihr werdet da gleich noch was zu erzählen. Ich möchte kurz eine Sache noch sagen. Wir wollen ja diskutieren, auch im Anschluss. Wir wollen auch Aussagen mitnehmen auf die Veranstaltung am Freitag. Und diese Aussagen, nämlich wo können wir besser werden, wo können wir schneller werden, wo können wir, sagen wir mal, die Nachhaltigkeitsziele der UNO besser umsetzen, wo stehen wir in Deutschland, das wird dann alles am Freitag in der Abschlusssession gesammelt und geht dann sozusagen mit geballter Kraft dieser verschiedenen Sessions in den nationalen Digitalgipfel, der ja Ende November, Anfang Dezember auch in diesem Jahr komplett digital stattfinden wird. Das ist auch zum ersten Mal so, falls Sie das interessiert. Normalerweise ist der Digitalgipfel so eine Veranstaltung, wo man da mal on invitation only hin kann. Dieses Jahr findet das öffentlich online statt. Also jeder hat die Möglichkeit, an den Digitalgipfel-Veranstaltungen teilzunehmen, kann sich über die Webseite des Bundeswirtschaftsministeriums da anmelden. Und da wird natürlich das Thema Nachhaltigkeit auch eine ganz große Rolle spielen. Zu dem speziellen SDG dieser Session, wenn man sich die genaue Formulierung des SDGs anguckt, dann ist da, sagen wir mal, nicht so zentral von Mobilität die Rede, wie wir es jetzt für diese Session ausgewählt haben, sondern es geht eher um Infrastruktur und Wirtschaft und solche Sachen. Aber wir haben uns eben in der Vorbereitung überlegt, dass es im Thema Mobilität in Deutschland, ob es jetzt personengebundene, individuelle Mobilität oder der öffentliche Nahverkehr aus, ich glaube, Wahrnehmung ganz vieler durchaus Verbesserungsbedarf gibt. Da gibt es die einen, die wohnen in großstädtischen Räumen, Stuttgart, Berlin, München. Die haben dann eher Verkehrschaos. Und wir, ich wohne auf dem Land, haben dann eher so die Aussage, dass jemand sagt, ja, also hier so das mit Digitalisierung, das habe ich jetzt verstanden, aber was bitte ist ÖPNV? Also ÖPNV auf dem Land ist natürlich eher Schülerbeförderung. Und wenn Schule nicht stattfindet oder Schulferien sind, dann ist das halt nichts. Das sind so die Themenfelder, die wir uns für heute sozusagen gesetzt hatten. Und angesichts der vielen eingereichten Angebote, also Karl Ernst, wir hatten gar nicht vor, parallele Sessions zu machen, aber es war einfach so viel Spannendes da, dass wir dann gesagt haben, wir nehmen das alles auf. Und das sieht man an der Teilnehmerzahl an einem schnöden Mittwoch- und Nachmittag hier knapp 100 Leute. Also ich glaube, wir haben spannende Themen, spannende Referentinnen. Und deswegen wünsche ich uns allen ganz viel Spaß und ganz viel Gehirnfutter. Und für die Abschluss-Session, also nach den einzelnen Sessions geht es wieder zurück ins Plenary. Da würde dann Karl Ernst mit Ihnen noch ein paar Punkte aufsammeln für die Abschluss-Panel-Diskussion am Freitag. Da geht das nämlich nochmal alles rein. Gerne ein paar knackige Statements. Ich habe aus einer der anderen Sessions gehört, wir sind das Land der Pilotprojekte. Das fand ich eine sehr spannende Aussage. Also wir machen ganz viele Pilotprojekte, aber wir setzen es nicht nachhaltig um. Also ich wünsche uns und Ihnen ganz viel Spaß. Ich werde mir aber in jedem Fall das Video hinterher angucken. Das wäre mein letzter Punkt. Also die Sitzung wird aufgezeichnet und wird auch hinterher über die Konferenz-Webseite zur Verfügung stehen. Von den anderen Sessions ist es zum Teil schon die Eröffnungssession, kann man sich schon angucken. Und deswegen würde ich vorschlagen, so wie es auch eingeblendet wurde, dass jetzt also bis auf die Referenten alle ihre Kameras und Mikrofone ausmachen. Ich wünsche uns gutes Gelingen, Karl Ernst. Du darfst übernehmen. Jawohl, das mache ich gern. Vielen Dank, Matthias. Dir viel Erfolg. Ich würde jetzt einmal meinen Bildschirm teilen und diese Session noch einmal ganz kurz vorstellen. Ganz kurzer Satz am Rande. Die Abschlussveranstaltung, für die wir diese Begriffe sammeln, diese Botschaften, Key Learnings, wie man das heutzutage ja zu nennen pflegt teilweise, die ist natürlich am Donnerstag. Die ist morgen Nachmittag. Die ist nicht am Freitag. Also nicht, dass Sie da nochmal im Programm nach etwas suchen, was unauffindbar ist. Ja, nachhaltig digital für intelligente Mobilität. Das ist die heutige Session. Die jetzige. Ich schaue mal. Die Begrüßung, wie es erfolgt. Das haben wir also gerade eben schon gemacht. Wir haben gleich noch eine spannende Keynote von Herrn Prof. Dr. Michael Ortkiesen, Berlin. Und danach haben wir die besagten, ne, da haben wir noch die Impulse, Intelligent Traffic Services von der Porsche AG, Herrn Sören Zierke und von der Stadt Stuttgart, ein Gemeinschaftsprojekt mit Simon Rittig. Und anschließend gibt es noch einen Impuls, und zwar umweltsensitives Verkehrsmanagement, wie es da steht, von Joachim Klick, von T-Systems. Und erst dann gehen wir in die Breakout Sessions. Es kann sein, dass wir da noch etwas Zeit haben, aber wir werden die auch brauchen. Wir haben einige Teilnehmer. Wir sind jetzt, wie gesagt, knapp 100 Leute. Die werden dann auf die einzelnen Breakout Sessions verteilt. Und im Anschluss an diese Breakout Sessions, für die man dann eine Stunde Zeit hat, da wird man dann hart sozusagen zurück in den allgemeinen Sessionraum gebracht. Man kann natürlich, wenn man nach irgendwie 45 Minuten durch ist oder so, auch eine kurze Pause gewähren, dann kann man sich noch mal was zu treten holen, das ist klar. Aber am Schluss haben wir dann eine ungefähr 30-minütige Abschlussdiskussion. Und um das mit den Breakout Sessions noch einmal ganz kurz darzustellen, wie man da hinkommt. Es hängt so ein bisschen davon ab, welchen Zoom-Clients Sie installiert haben. Die aktuelleren haben ganz unten, wenn Sie da mit der Maus über Ihren Fenster gehen, diese Breakout Sessions angezeigt. Das ging ein Tick zu schnell. Da können Sie raufklicken, dann werden die einzelnen Räume angezeigt. Rechts sehen Sie die Anzahl der Teilnehmer in diesem Fenster. Und wenn Sie da dann auf die Zahl gehen mit der Maus, mit dem Mauszeichen, dann können Sie auf Teilnehmen klicken und dann werden Sie hinzugefügt und natürlich da im Prinzip mitgezählt. Oder Sie gehen rechts in unseren Chat und schreiben an IT Support, glaube ich heißt es, IT Support, in welche Session Sie möchten. Und dann werden Sie dementsprechend zugeordnet. Und damit Sie das entscheiden können, schauen Sie entweder in den Programm auf der Internetseite oder ich blende Ihnen das jetzt noch einmal ein. Um 17 Uhr gibt es eine Gemeinschafts-Session. Das sind diese, das sehen Sie auch an der Uhrzeit von 17 bis 18 Uhr. Frau Petra Geier führt dort durch. Und es gibt einmal 40 Minuten mit Nina Wieland, Dr. Benedikt Krams, Kai Schwermann und dann noch einmal 20 Minuten mit Prof. Dr. Andreas Helferich und Dr. Klaus Habiger. Petra, falls es da Änderungen gibt, von denen ich nichts weiß, könntest du es jetzt natürlich kundtun. Nein, bei uns ist alles prima. Es sind auch alle da. Wunderbar. Okay, super. Das wäre also die Session 1. Wenn Sie selbst dahin gehen wollen, die Session 1 wählen oder wenn Sie hinzugefügt werden wollen, dann könnten Sie das im Chat an die IT jetzt schon schreiben. Und die Session 2, 3 und 4 sehen wir hier. Es gibt einmal die 2, das ist Monika Dernay von der BMW Group mit Mobilität und Nachhaltigkeit durch die Nutzung von Fahrzeugdaten. Die Session 3 ist Dr. Sören Kerner vom Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik. Das sehen Sie ja auf der rechten Seite. Und das Thema ist Logistik optimieren, wie Lieferketten mithilfe von KI umweltfreundlicher und resilienter werden. Und die vierte Parallelsession ist eben, warum Verhaltensänderungen die Mobilitätswende entscheiden wird. Von Jörg Becke und Christian Klabin. Ja, das sozusagen zu den administrativen Dingen vorab. Und ich würde jetzt einmal ganz kurz nachhaltig digital darstellen und dann an die eigentlichen Keynotes und Impulse übergeben. Nachhaltig digital ist vom Bundesdeutschen Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management und von der DBU ein Gemeinschaftsprojekt, also der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Und wir sehen in der Digitalisierung eben die Möglichkeit, eigentlich das schärfste Schwert, das stärkste Instrument für eine lebenswerte Zukunft zu machen. Und wollten da eine Kompetenzplattform ins Leben rufen, auf der wir für den deutschen Mittelstand, aber seine Geschäftspartner ebenso, Ideen und Produkte und Lösungen und Inspiration und Dialog im Prinzip, analog und digital zur Verfügung stellen. Deshalb ist unser Hashtag normalerweise alle antworten, nicht weil wir sie alle hätten, aber weil wir wahrscheinlich gesellschaftlich eben alle brauchen. Und deshalb freue ich mich auch sehr über dieses Format der einwöchigen Digitalkonferenz. Wir sind zwei Standorte, haben zwei Standorte in Osnabrück, einen und in Hamburg, einen. Fünf Personen sind im Team, mal sind es sechs, mal sind es fünf, das variiert so ein bisschen. Und seit dem 01.01.2018 kuratieren wir Content im Prinzip. Das kann teilweise eben aus der DBU stammen und teilweise natürlich auch andere Quellen. Das heißt, wenn Sie was haben, wo Sie sagen, das ist ein super Produkt, bringt Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammen, dann rufen Sie uns bitte mal an und wir versuchen dann, das zu Mainstreamen, übertrieben formuliert, aber es soll schon nützlich und nutzbar für die Interessenten sein. Wir haben im Moment Bausteine, nennen wir das. Das sind Themenmonate, die wir zusammengefasst auf der Internetseite dann immer präsentieren, vier Wochen. Die hier bebilderten sind die, die schon gelaufen sind. Wir sind jetzt im November in Green IT. Dazu haben wir mal in der ersten Woche ein, ja, stellen wir das Thema einmal grundsätzlich vor, haben dann Good Practices und verschiedene Informationen in der zweiten und dritten Woche und in der vierten Woche. Am Donnerstag spielen wir dann so ähnlich wie jetzt in einer einstündigen, anderthalbstündigen Digitalveranstaltung nochmal ein, zwei, drei Protagonisten diskutieren, was die Vor- und Nachteile sind. Und es wird auch weitergehen mit diesen Bausteinen ab Februar. Im Januar machen wir so ein bisschen Überblickswissen eher, aber ich habe da auch so einen Link, den könnte man nochmal posten bei uns im Chat. Da kann man sich das dann noch genauer anschauen. Die kommenden Themen sind digitales Wissensmanagement, so wie Sie sie da sehen, Smart Grid auch, Software für die Arbeit von morgen und DLT-Blockchain und digitale Datenerfassung. Das kommt also alles ab Februar. Und da wir uns eigentlich grundsätzlich als Plattform verstehen und Content kuratieren, habe ich hier nochmal drei Dinge eingeblendet. Es gibt einmal ein SDG-Portal von der Bertelsmann Stiftung, das ist für Kommunen erstellt worden. Man kann da also mal selber schauen, wie man in den 17 SDGs sich entwickelt hat. Das finde ich sehr spannend. Dann habe ich von meinem eigentlichen Arbeitgeber, dem Baum, nochmal das Jahrbuch hier verlinkt, sozusagen mit dem Thema der Mittelständler als Akteure in der Stadt für Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Und den nachhaltig-digital-Monitor, das ist auch sehr spannend, da haben wir einige Fragen rund um das Thema Digitalisierung im Mittelstand gestellt. Also das kann man sich da anschauen. Das wird aber noch ausgearbeitet. Und mehr wollte ich eigentlich gar nicht zu nachhaltig-digital sagen, nur dass Sie einmal wissen, was wir so tun und was man bei uns bekommen kann. Bringen wir gemeinsam Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammen. Das ist nochmal der Aufruf, wenn Sie was haben, melden Sie sich bitte gern bei uns, weil wir im Grunde so eine Kommunikationsplattform sind. Ich wollte nochmal, das hatte Matthias jetzt auch schon adressiert, kurz was zum SDG 9 sagen. Ja, es geht eigentlich um hochwertige Infrastruktur, widerstandsfähig, verlässlich und nachhaltig, wie es da steht. Aber wir haben eben diese Themenmodernisierung und effizienterer Ressourceneinsatz auf die Mobilität projiziert, weil wir gesagt haben, DIV, Städte und Regionen, da ist doch das Thema Mobilität einfach mal von herausragender Bedeutung. Und ja, nur dass Sie das im Vorwege wissen, aber so stand es ja auch offen im Programm. Da war sie also jetzt wahrscheinlich keine Überraschung. Und das war es von unserer Seite eigentlich auch. Der Rest ist von uns Moderation. Wir würden uns jetzt über Ihre Teilnahme im Chat freuen. Und ich würde eigentlich Herrn Ortgiese, wenn er bereit ist, jetzt eigentlich das Mikrofon übergeben, wenn ich könnte. Da ist er. Ja, besten Dank. Vielleicht auch den Bildschirm freigeben, damit ich zu meiner Präsentation kommen kann. Prima. Prima. Nachhaltig digital für intelligente Mobilität. Ich soll ein wenig in das Thema einführen. Und ich habe mir gedacht, ich orientiere mich mal zu mindestens an drei Fragestellungen, die auch in der Einleitung, in der Einführung zu dem Vortrag, zu der Session dann aufgeführt worden ist. Einmal die Frage, welche Traffic-Lösung für uns sein können. Dann die zweite Frage, welchen Index könnte es denn geben? Wie könnte denn dieser Index aufsehen, der Mobilitätsverhalten denn fördern kann, der es ist? Dann die Frage, wie sieht das aus, das Zusammenspiel zwischen Städten und ländlichem Raum? Und dann, wie können wir Grundländer-Wirtschaftspartner unterstützen? Hier meine ich natürlich das Zusammenspiel von DLR insbesondere und auch DL Berlin. Also die Leitfragen, zumindest mal vier der Leitfragen, die aufgenommen worden sind, die will ich hier ein bisschen behandeln. Frage, was gibt es denn für Verkehrslösungen, die helfen die Städte und die Industrie denn besser miteinander zu verknüpfen? Da gibt es vielfältige. Und Matthias Bucke hat es ja in der Einleitung auch schon gesagt, wir müssen endlich in die Umsetzung kommen. Und dem würde ich auch voll und ganz zustimmen. Deshalb will ich mich gar nicht so stark auf die Einzellösungen konzentrieren. Ich könnte natürlich einiges von Mobilitätsplattformen erzählen. Die haben wir auch laufen, wie beispielsweise hier im Projekt Hubchain, wo wir im ländlichen Raum eine Mobilitätsplattform betreiben und diese dann auch mit dem autonomen Fahren kombinieren, den autonomen Fahren im öffentlichen Verkehr, der auch zunehmend bedarfsorientiert sind. Das sind ja so diese Dreieckpunkte, die sicherlich wichtig sind und die uns zum Teil dann auch elektrisieren, wo wir meinen, wir können elementare Lösungen entsprechend beitragen. Wir sind gerade in der nationalen Plattform Mobilität unterwegs, auch im Reallabor Hamburg. Dort haben wir uns diese Frage auch gestellt, was sind denn die entsprechenden Lösungen, die von Interesse sind? Und eine Mobilitätsplattform steht da natürlich ganz oben, um eben so ein intermodales Verkehrssystem für eine Stadt zu bauen. Aber die Frage, reicht das denn wirklich aus? Ich glaube nicht. Wir müssen weiterschauen. Wie erreiche ich denn komfortabel mit dem ÖPNV mein Ziel? Das muss mehr sein als nur die Plattform. Hier brauchen wir auch entsprechende Fahrzeuge, die attraktiv sind, die auch attraktiv für die Verkehrsteilnehmerinnen, Verkehrsteilnehmer sind, um ihren privaten Pkw zu stehen zu lassen. Dann natürlich die Frage, wie bewege ich mich denn im ländlichen Raum, kam auch im Titel auf. Schwere Frage, wie kommen wir damit zurecht? Dann, wie organisiere ich meine Reise, wenn ich mich nicht nur in einer Stadt bewege, aber auch über die Stadtgrenzen hinweg mich bewege? Da versuchen wir unterschiedliche Auskunftssysteme zusammenzuspannen. Zur Mobilitätswende gehört aber auch dazu, dass ich mich in Zukunft vielleicht ein bisschen weniger motorisiert unterbewege, sondern zunehmend das Fahrrad nehme. Sehen wir auch gerade in Corona-Zeiten, dass der Fahrradmarkt boomt. Zugunsten zu lassen, dass Individualverkehrs des ÖPNV ist einmal dahingestellt. Auch hier versuchen wir das Fahrrad stärker in unsere digitalen Lösungen denn mit reinzubringen. Ein großer Punkt ist auch Thema Mobilitätsbudget. Wie können wir denn die ganzen Firmenwagenbesitzerinnen, Besitzer motivieren, diesen Firmenwagen denn auch mal stehen zu lassen und ein anderes Verkehrsmittel zu nutzen? Sicherlich eine ganz, ganz spannende Frage. Dann, wie sicher ist das automatisierte Fahren? Müssen wir auch mit betrachten und können wir auch Pakete, der ganze Logistikmarkt nicht intelligenter ausliefern? Das sind so acht Bausteine, technologische Bausteine, Fragestellungen, die wir dort in diesem Reallabor in Hamburg betrachten wollen. Ergebnisse kann ich dann nächstes Jahr berichten. Aber bei dieser Konzeption dieses Reallabors war es mir ziemlich wichtig, dass diese Bausteine, diese Technologien, die jetzt nicht alle völlig unbekannt sind, die wir auch in anderen Kontexten diskutieren, nicht losgelöst singulär nebeneinander stehen, sondern dass wir lernen müssen, diese in ein Gesamtkonzept, in einen Mobilitätsentwicklungsplan für eine Stadt zu integrieren, dass sie also Teil des Ganzen werden. Das bedeutet aber insbesondere auch, dass eben die digitale Lösung allein nicht ausreicht. Das muss uns immer bewusst sein. Eine Mobilitätsplattform, ein Budget, das wir digital abbilden, zieht nicht ohne Sharing-Fahrzeuge, die dann oft verfügbar sind, Wohnortsnah, Aktivitätennah, Arbeitsplatznah. Also Verkehr findet häufig, im Moment sehen wir vielleicht ein bisschen das Gegenteil, aber trotzdem bleibt in der Zukunft auch wieder physisch statt. Wenn wir über unsere heiß geliebten Last-Mile-Shuttles, die autonom durch die Gegend fahren, im Moment diskutieren, in einer Vielzahl von Projekten, müssen wir auch sehen, dass so ein Last-Mile-Shuttle nur dann funktioniert, wenn unser, ich nenne es mal, klassisches ÖPNV-Kernnetz auch gut ist, eine gewisse Dichte aufweist, vernünftige Reisezeiten mit betrachtet. Auch so eine App für Vulnerable Road Users, die Sicherheit beim Abbiegen oder auch die Kommunikation mit der Lichtsignalanlage steigert, bringt nichts, wenn wir keine vernünftigen Fahrradwege haben. Auch so was wie ein digitales Andreas-Kreuz, Kommunikation mit Verkehrszeichen, bringt nur was, wenn ich die Automatisierung in dieses Gesamtkonzept einbinde. Das ist ganz wichtig und deshalb für mich auch in so einem Reallabor die Defizite der Vergangenheit aufgreifen. Wir dürfen nicht einzelne Services betrachten, die räumlich begrenzt betrachten, sondern wir brauchen dieses Gesamtbild und wir müssen unsere Applikationen, unsere digitalen Applikationen in das Gesamtbild der Stadt einbauen. Und das ist ein Thema, was wir dann auch stark vorantreiben, diese Wirkungen simulativ auch betrachten. Bringen denn unsere digitalen Lösungen wirklich die Wirkungen, die wir uns entsprechend vornehmen? Bei der Grundlage von Simulationen berechnen wir bekannterweise irgendwelche KPIs, Key Performance Indices oder auch die Frage, welches ist denn der Index, den wir denn jetzt brauchen, um die Nachhaltigkeit unserer Mobilität zu messen? Das war die zweite Frage, wie könnte denn so ein Index aufgebaut sein? Aus der Wissenschaft könnten wir uns da beliebig komplexe Indices vorstellen und die zusammenbauen. Ich habe mir aber mal einen ganz einfachen rausgegriffen, nämlich die Verkehrsleistung, nämlich die Leistung in Personenkilometer, die wir alle zurücklegen. Ich habe das mal hier rausgezogen, für Hamburg links und rechts der Modelsblick, die Verkehrsmittelwahl für die Wege, die wir zurückkriegen. Häufig, wenn wir über Verkehrsmittelwahl reden, schauen wir uns die Anzahl der Wege an. Aber die ist ja vielleicht gar nicht so spannend und so aussagekräftig. Die Verkehrsleistung, also die Personenkilometer, die mit den einzelnen Verkehrssystemen zurückgelegt werden, ist ja mit Blick auf die Nachhaltigkeit doch unter Umständen viel, viel spannender. Und da sehen wir von den Personenkilometer, schrumpfen auf einmal 11 Prozent Fahrrad, auch nur 3 Prozent Modelsplit in der Verkehrsleistung zurück. Umgekehrt, vielleicht gar nicht so dramatisch sich anfühlende 43 Prozent im MIV werden auf einmal zu 55 Prozent, wenn ich über die Verkehrsleistung spreche. Also, das ist ein spannender Fahrzeug. Spannende Sache. Die Wege sind natürlich wichtig, aber richtig nachhaltig werden wir erst, wenn wir die Verkehrsleistung, die motorisierte Verkehrsleistung sinken, wenn wir Verlagerungen auf den Umweltverbund bringen, wenn wir große Poolingfaktoren darstellen und den Rest, in Anführungsstrichen, der dann noch bleibt, auch möglichst elektrisch zurückführen. Also, Verkehrsleistung könnte so ein Indikator sein, auf den wir in Zukunft gucken müssen, wenn mehr, weniger Fahrzeuge unterwegs sind, dann wird es unter Umständen auch nachhaltiger. Das ist ja auch die Kritik, die man aus der Planung, Verkehrsplanung immer an neuen, neuen automatisierten, autonomen Fahrzeugkonzepten hat, produzieren die vielleicht nicht mehr Verkehrsleistung. Tausche ich quasi den Raumgewinn, den ich bei den wegfallenden Parkplätzen habe, in zusätzliche Verkehrsleistung ein, weil eben diese Fahrzeuge auch zum Teil Auto noch um leer fahren. Das sehen wir jetzt ja allein schon an der Belegung von Taxen. Also, die Verkehrsleistung könnte mit Blick auf den Klimawandel ganz wichtig werden. Und was lernt uns diese Verkehrsleistung, wenn wir auf unterschiedliche Räume auch schauen, denn auch hinsichtlich dem Vergleich zu den Problemen, die wir früher bearbeitet haben, wenn wir über Staus geredet haben oder vor zwei Jahren noch über NOx geredet haben. Da ist es ganz spannend, dass die großen Metropolen, die wir früher bei der Spau-Problematik im Blick haben, eigentlich nur so 12 von 12 Prozent der Verkehrsleistung ausmachen. Die Großstädte bringen noch mal zu zweitens 12 Prozent dazu. Und die mittelgroßen Städte in den Metropolregionen oder der gesamte ländliche Raum machen eigentlich zwei Drittel der Verkehrsleistung aus. Und die haben wir in der Vergangenheit mit unseren digitalen Lösungen noch viel zu wenig betrachtet. Und da sind die Lösungen auch häufig schwerer zu realisieren als in den Metropolen. Schauen wir uns heute große, interessante Konzepte an, wie Bright Sharing, Bright Cooling. Die laufen in den Metropolen und meist auch nur in den Kernbereichen der Metropolen. Soweit wir auch da etwas weiter nach links oder rechts kommen, wird die Nachfrage geringer. Also diese Verteilung der Verkehrsleistung führt uns ganz klar zu neuen Städtypen und somit auch zu neuen Hausrichtungen. Gucken wir weiter auf weitere Kriterien, die wichtig sind. Das ist natürlich für die Verkehrsteilnehmer Dinge wie Fahrzeiten, Zu- und Abgangszeiten, Umwegfaktoren, ganz wichtige Elemente. Wenn wir über Faktoren und Indizes reden, sollten wir in Zukunft auch stärker die Betreiber sich mit reinnehmen. Die läuft immer so still und heimlich, zumindest bei vielen Mobilitätsdienstleistungen natürlich unter der betriebswirtschaftlichen Decke. Aber wir haben ja gesehen, es ist sehr, sehr schwierig, solche neuen Mobilitätsdienstleistungen, die auf digitalen Plattformen basieren, auf den Markt zu bringen. Deshalb interessiert uns schon so die Frage, wie viele Betreiber werden da unterwegs sein, wie groß sind deren Flotten und wie können wir deren Rentabilität denn auch darstellen. Umwelt und Klima, die Parameter sind bekannt. Stadtentwicklung gucken wir uns vielleicht noch viel zu wenig an. Wenn weniger Fahrzeuge auf der Straße sind, dann können wir unseren Straßenraum unter Umständen etwas anders nutzen. Vielleicht werden auch einfach nur die Konflikte geringer, weil auch mit Pooling-Raten, die wir heute kennen, doch immer noch ein paar Fahrzeuge unterwegs sind. Das sind aber alles Indikatoren, die hängen auch zum Teil mit dieser Verkehrsleistung zusammen. Deshalb ist die gar nicht so unwichtig und so uninteressant für mich. Dann war die Frage aufgezogen, welche Verkehrskonzepte funktionieren denn im ländlichen Raum? Mal hier eine Karte mitgebracht, die wir gerne nutzen. Das ist so die Siedlungsstruktur, die wir in Deutschland haben. Dazu erst mal die Frage, den ländlichen Raum als solches, den gibt es aus meiner Sicht nicht. Auch der ländliche Raum ist in sich erst mal strukturiert, wie so ein bisschen die Karte auch zeigt. Es gibt auch im ländlichen Raum oder das, was wir in den Metropolen wohnen als ländlichen Raum bezeichnen werden, unterschiedliche Typen. Es gibt auch dort Ober- und Mittelzentren, die auch 30, 40, 50.000 Einwohner haben, die dem ländlichen Raum zugeordnet sind, die dort wichtige Versorgungsfunktionen haben. Diese Zentren sind mit Taxen verbunden, auf denen auch noch vergleichsweise viel Verkehr und Verkehrsleistung produziert wird. Und dann gibt es wirklich den peripheren Raum, die vielen, vielen kleinen Ortschaften, die in dem, was hier auf meiner Karte gezeichnet ist, grünen Bereich angesiedelt sind. Deshalb, wenn wir von dem ländlichen Raum sprechen, sollten wir doch genau sagen, wo wir denn, über welchen wir reden. Und wir sollten uns sehr genau überlegen, wo wir beginnen. Muss das unbedingt der bedarfsorientierte Verkehr in Bereichen sein, wo so gar niemand wohnt? Oder sollten wir eben mit diesen Zentren, alle diesen Punkten, die jetzt hier grün, so bläulich aufgezeichnet sind, beginnen, wo wir uns zwar ganz klar raumstrukturell den ländlichen Raum bewegen, aber dort doch deutliche erste Ansätze größerer Nachfrage haben. Deshalb, neben aller Frage der Nachhaltigkeit, sollten wir diese Tragfähigkeit auch ganz genau unter die Lupe nehmen und mit Blick auf die Umwelteffekte dann auch gewisserweise ehrlich sein. Also, es gibt unterschiedliche Zentrengrößen, auch in so einer großen Stadt, in so einem Groberzentrum, sind nicht alle Räume gleich gut erreichbar. In den kleiner werdenden Zentren müssen wir uns auch überlegen, wo gibt es denn noch genug Nachfrage? Und einige Bereiche haben wirklich sehr, sehr geringe Nachfragedichte. Und da müssen wir uns überlegen, welche Angebote dort im öffentlichen Verkehr dennoch sinnvoll sind und welche nicht. Bei aller Suche nach neuen Geschäftsmodellen in diesem Zusammenhang müssen wir auch schauen, was ist denn noch zu gewährleisten, außer neue Dienstleistungen aufzubringen. Und da ist die aktuelle Situation für mich gerade ganz spannend. Nämlich, wenn wir auf die Bahn gucken, die immer gescholten wird, dass sie mit vollem Fahrplan noch weiterfährt, was man vielleicht an der einen oder anderen Stelle hinterfragen kann, auf der einen Seite. Zum anderen müssen wir aber auch über uns überlegen, dass Mobilität nicht nur ein neues Geschäftsmodell ist, wo Industrie und öffentliche Hand zusammenarbeiten können, sondern Mobilität ist Daseinsvorsorge. Und Daseinsvorsorge bedingt insbesondere auch, dass wir diesen vielen grünen Bereichen und auch den vielen bläulichen Bereichen auf dieser Karte, denn die Möglichkeit geben, diese Zentren zu erreichen. Und das ist, wie wir alle wissen, zum Teil nicht so wirklich betriebswirtschaftlich abdeckbar. Und auch hier sollten wir uns sauber die Karten legen und auch diese Fragestellung wirklich stärker in den Vordergrund rücken. Wie können wir unterstützen? Wir versuchen, alle diese Fragestellungen natürlich über Simulationen anzukurbeln, zu betrachten. Und auch noch mal hier in diesem Projekt, in dem Großen, in Hamburg versuchen wir nicht nur einzeln, einzelne Maßnahmen, einzelne Lösungen in einer Simulation abzubilden, sondern wirklich komplette Servicebündel für die gesamte Stadt, um auch die Wechselwirkungen dieser Servicebündel zu untersuchen. Das gibt es nicht allzu viel. In Forschungsanlagenprojekten schauen wir meistens nur auf singuläre Maßnahmen und nicht auf das Zusammenspielen des Ganzen. Wir setzen dafür agentenbasierte Simulationen ein, weil wir auch zunehmend mehr Daten haben, um Verhalten zu beschreiben, Verhalten vorherzusagen. Dieses Verhalten untersuchen wir in mehreren Seminarien. Das ist, glaube ich, wichtig, um dann auch die optimalen Betriebsprogramme zu identifizieren. Das Ganze, wie gesagt, flächenhaft und integriert. Und das nutzen wir auf zwei Ebenen. Einmal wirklich sehr lokal noch mal, wo wir uns kleinere Quartiere oder Knotenpunkte angucken, die wir dann über die Stadt zusammensetzen, mit einem DLR-Tool, das heißt Sumo, und mit Matzim für die großräumige Nachfrage, im DLR-Tool der TU, wo wir eben auf die ganze Stadt gucken. Wir knüpfen diese beiden Tools zusammen. Beide Tools sind übrigens Open Source und können von allen runtergeladen werden, auch genutzt werden. Also diese Simulation, diese umfassende Simulation und die Diskussion von Wirkungen, die ich eben aufgezeigt habe, mit den Entscheidungsträgern, das ist, glaube ich, soweit das Wichtige. Also zusammenfassend, wie kommen wir gemeinsam zum Ziel? Einzelne Lösungen werden nicht zum Ziel führen. Wir müssen stärker integriert denken über die Grenzen einzelner Lösungen hinweg und das Ganze auch auf, die Gesamtstadtebene, die Gesamtregionsebene ausweiten in unseren Überlegungen. Und dabei ist wichtig, dass wir die digitale Lösungen, die wir hier immer gerne diskutieren, auch mit städtebaulichen Konzepten, mit neuen Fahrzeugkonzepten, mit Infrastrukturkonzepten verknüpfen. Das kommt aus meiner Sicht viel zu kurz in der aktuellen oder in der Diskussion von der Vergangenheit. Wie gesagt, Simulationen können helfen, diese Wirkung abzuschätzen und die sollten wir auch nutzen, um mit den Akteuren dann unterschiedliche Themen der Daseinsvorsorge zu diskutieren und auch entsprechende Geschäftsmodelle. Da müssen wir ran und da hoffe ich, dass wir einen Schritt weiter kommen. Zum einen sollten wir uns immer vor Augen halten, dass früher die Leute auch schon gute Ideen hatten, wie wir unsere Städte, auch unsere Mobilität in den Städten neu gestalten. Das ist leider nicht so ganz aufgegangen. In dieser Art von Städten, wie wir es oben sehen, wollen wir alle nicht leben. Unten dieser Bild, dass der Vergleich Prometheus und wie wir heute unsere intelligenten Verkehrssysteme gestalten, Prometheus aus dem Jahr 85, die Bilder sehen alle ziemlich gleich aus. Das, was Matthias Bucke Anfang gesagt hat, die Ergebnisse sind noch nicht ganz so überzeugend in der Markteinführung, aber ich hoffe, die aktuelle Lage hilft uns, da einen Schritt weiterzukommen, aber begabt dieser integrierten Sichtweise. Soweit von mir und erst mal besten Dank. Ja, auch von mir vielen Dank, Herr Prof. Dr. Ortgesel. Viele gute Hinweise, für mich spannend. Ich würde jetzt gern direkt weitergeben an den nächsten Referenten, das ist Simon Rittich und Sören Zierke. Wir sind ein bisschen in der Zeit hinterher, das ist aber primär einem kleinen Überziehen der Moderatoren geschuldet und vor allem dem verspäteten Staat. Also nicht, dass sie sich da wundern. Und dann würde ich jetzt das Mikrofon wieder übergeben an Herrn Rittich und Herrn Zierke von der Stadt Stuttgart und der Porsche AG. Genau, das Bild sehen wir schon wunderbar. Das müsste noch in den Präsentationsmodus. Und das Mikrofon ist noch gemutet, stumm geschaltet, wie man das so sagt. So, sind wir jetzt zu hören. Ja, auf jeden Fall bei mir. Sehr gut. Wunderbar. Und wenn man jetzt noch das Bild sieht, dann haben wir das schon mal geschafft. Sieht man das Bild? Bei mir auch, ja. Wunderbar, ja. Es kann sein, dass unser Ton mal aussteigt. Das Zoom ist bei uns nicht so ganz stabil, aber wir hoffen mal, dass es durchhält. Also auch von unserer Seite aus herzlich willkommen. Wir haben eben in den einleitenden Worten schon einiges gehört. Wo stehen wir eigentlich? Es wird immer viel von Piloten geredet. Es wird viel darüber berichtet, dass man Städte digital verknüpfen will. Und bei uns in Stuttgart war es so, dass wir als Porsche AG an unseren Werken ein neues Produkt aufgebaut haben, den Taycan, den Elektro-Porsche. Und in dem Zuge galt es nicht nur, neue Gebäude zu bauen, sondern wir mussten über die B-Pläne auch Straßen mit umbauen. Und das ist hier als Pilot an die Porsche AG übergegangen. Wir haben das federführend gemacht, aber natürlich immer in Zusammenarbeit mit der Kommune hier der Stadt Stuttgart. Und wir haben uns dann überlegt, wenn wir ein Werksumfeld haben, wenn wir Lichtsignalanlagen neu machen, neue Knotenpunkte gestalten, ob wir da nicht ein bisschen innovativ denken können und die wirklich positive Zusammenarbeit mit der Stadt Stuttgart da einfach nutzen, um da zwischen Kommune und Wirtschaft mal Versprechen, die es gibt, einfach nachzuverfolgen und das auf ihre Umsetzbarkeit hin abzuprüfen. Wir haben dann einen Piloten entwickelt. Da sind wir wieder beim Wort Pilot. Das sehen Sie hier unter der Nummer 1 dargestellt. Das war das direkte Werksumfeld. Und wir haben gesagt, bevor wir was auf eine ganze Stadt ausrollen, müssen wir punktuell gucken, ob es klappt und wie es klappt und daraus lernen. Und um dann auch eine kommunale Verknüpfung sicherzustellen und auch möglichst herstellerunabhängig zu sein, haben wir aus der ersten Phase dann noch eine zweite Ausbaustufe kreiert, um eine Herstellerunabhängigkeit zu testen. Und dann die Stufe 3, da sind wir dann nämlich schon in einem anderen Bereich, verwaltungsübergreifend, da gehen wir dann in die Gemeinde Korntal. So, kurz zur Organisation und einfach mal, was haben wir gelernt? Also wir haben zusammen mit der Stadt Stuttgart das Projekt initiiert und es galt, Projektpartner zu suchen. Wir brauchten Lichtsignalanlagenhersteller, Onboard-Unit-Hersteller, um Fahrzeuge dann auch fahren zu lassen und dann auch Wirkung zu testen. Wir mussten das planerisch begleiten lassen und wir brauchten vor allen Dingen einen, der die Dinge, die wir im Feld aufbauen, evaluiert. Uns war halt wichtig, weil wir wussten, es ist schwierig, da auf andere Erfahrungen zurückzugreifen, dass wir Partner finden, die sich einbringen, die Ideen generieren, immer wieder reflektieren und dass wir auch unsere Projektziele einfach fortschreiten müssen. Wir haben dann Partner gefunden. Wir haben angefangen bei den Lichtsignalanlagenherstellern mit der Firma SWACO, eben die Firma Vector für die Onboard-Units, Verkehrsplanungsbüro SSP und Testbetreiber. Das war für uns eine große Aufgabe, denn wir wollten natürlich auch nicht einfach Fahrzeuge fahren lassen, um Erfahrungen zu sammeln und Testphasen zu generieren. Das hätte natürlich das Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen torpediert. Und da ist es uns dann gelungen, dass wir gesagt haben, okay, wir haben Porsche-Verkehre, die immer diese Knotenpunkte durchfahren in der Relation Stuttgart-Korn-Westheim. Da werden unsere Fertigfahrzeuge hin ausgeliefert. Und das ist ein überschaubarer Fahrerkreis, der fährt mehrfach täglich durch unsere Teststrecke. Die Fahrer kennen seit Jahren diese Route. Das heißt, wir haben auch immer Vergleichswerte, was vorher war. Und wir können das evaluieren, indem wir einen relativ kleinen Personenkreis befahren können. Ziele waren natürlich einmal der Test im Realbetrieb, das Prüfen der verfügbaren Technologien, auch hinsichtlich der Schnittstellen und der Verträglichkeiten. Dann den Verkehrsablauf zu verbessern, nach Möglichkeit, ohne zusätzliche Baumaßnahmen zu machen, sondern die vorhandene Infrastruktur bestmöglich zu nutzen, Reduzierung von Emissionen. Und was uns auch wichtig war, wir wollten ja Erkenntnisse nicht nur für die Stadt Stuttgart gewinnen, sondern auch für die anderen Partner. Die Anwendungsfälle wollten wir übertragbar gestalten. Das heißt, diese Frage, wie sieht sowas im ländlichen Raum auf? Das ist ja eben auch angesprochen worden. Nicht jede kleine Stadt hat eine Verkehrsleitzentrale, wie wir das in Stuttgart haben. Das sollte natürlich auch lokal umsetzbar sein. Komme ich kurz zu den Ergebnissen aus dem ersten Teil. Das zweite wird den Herr Rittich vorstellen. Also entscheidend war einfach mal die Projektpartnerwahl. Also einfach nur eine Ausschreibung zu machen und dass sich das dann alles zusammenfügt, hat sich herausgestellt, ist schwierig. Wir haben wirklich Testläufe gemacht, verschiedene Sachen abgehört, auch Wissensstände abgefragt, Innovationsbereitschaft geprüft. Das war wichtig. Das trägt jetzt durch das Projekt. Dann die Einsatzmöglichkeiten der Komponenten, die es am Markt gibt, die bestimmen das Projekt und auch ein bisschen die Projektziele. Denn nicht alles passt zusammen. Man muss immer mal nachschärfen. Wir haben gewisse Erwartungen, die werden dann manchmal auch nicht ganz bestätigt. Also wir müssen da ein bisschen agil unterwegs sein und auch uns immer wieder reflektieren. Sind wir auf dem richtigen Weg? Geht das? Dann eine Formulierung realistischer Projekterwartung. Das war am Anfang ganz wichtig. Also wir haben uns ein kleines Untersuchungsfeld gesucht. Wir haben Lichtsignalanlagen genommen, die nicht eine zu große Komplexität haben, also ÖPNV, Priorisierung und, und, und. Wir haben unsere logistischen Fahrrelationen genommen. Das heißt auch, gar nicht alle Knotenbeziehungen immer versucht auszuwerten. Und wie eben schon angesprochen, eine hohe Bereitschaft aller Beteiligten, den Projektablauf wirklich ständig zu reflektieren und anzupassen. Soweit einleitend, was wir gemacht haben. Ich würde jetzt weitergeben an den Simon Rittich von der Stadt Stuttgart, der auf die folgenden Dinge eingeht. Vielleicht zum Abschluss noch einmal ganz kurz, nur so Impressionen. Links ist diese neue innerstädtische Straße, die wir hergestellt haben, mit einer neuen Lichtsignalanlage. In der Mitte oben sehen Sie einen langen LKW. Also wir versuchen ja nicht nur mit der Infrastruktur nachhaltig zu sein. Auch die Kollegen aus der Logistik haben mit Casebohrer zusammen einen ganz neuen LKW-Typ entwickelt, damit wir nicht nur sechs Fahrzeuge transportieren können, sondern acht. Dadurch werden auch schon Fahrten reduziert. Unten ist diese eingebaute Onboard-Unit im LKW zu sehen und rechts ist einfach mal für die, für die das nicht so vertraut ist, eine Roadside-Unit. Das sind die Einheiten, die an der Lichtsignalanlage installiert werden, um halt diesen Datenaustausch, die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Infrastruktur zu ermöglichen. So, bitte. Gut, danke schön. Dann auch guten Abend von mir. Noch kurz zu der Technologie gesagt, die wir hier einsetzen. Für Sie zum Einordnen, wir arbeiten hier mit einer WLAN-Technologie, also nicht mit Mobilfunk, was deswegen auch bedingt, dass wir eben in den Fahrzeugen und auch vor Ort an den Ampeln draußen extra Geräte brauchen. Und jetzt haben wir auch so einen mehrstufigen Plan, sage ich mal, für die Implementierung der Software-Features, weil die Technologie rauszuhängen, die Hardware rauszuhängen, ist eine Sache, aber eine ganz andere ist eben das, was ich damit betreibe, das eigentlich Digitale. Da haben wir verschiedene Stufen, weil man natürlich nicht alles auf einmal implementieren kann, weil wir sonst große Schwierigkeiten damit haben, die Wirkung der einzelnen Features, die wir implementieren möchten, auch zu prüfen. Angefangen haben wir da, oder sind gerade mittendrin, mit der Implementierung von der Phasenassistenz. Da komme ich später in einer Extrafolie dann aber nochmal im Detail dazu, was sich dahinter verbirgt. Deswegen überspringe ich das jetzt mehr oder weniger so ein bisschen. Dann arbeiten wir mit Freigabezeitverlängerungen. Das ist was, was wir im Grunde machen für andere Verkehrsteilnehmer zum Üben, also wo wir dieses Testfeld hier nutzen möchten, weil wir hier eben dieses schöne Feedback haben, die vielen Fahrten. Da möchten wir Freigabezeitverlängerungen üben, wie sie eigentlich in der aktuellen Signaltechnik im Bereich von Busanforderungen schon gang und gäbe sind, dort aber eben über einen alten Funkstandard übertragen werden. Jetzt möchten wir es über neue Technologien, über WLAN übertragen. Dann haben wir noch eine Ausfahrtssteuerung beziehungsweise eine, sage ich mal, eine intelligente Ausfahrthilfe, die wir implementieren möchten. Das funktioniert in der Theorie so, dass der LKW im Grunde, bevor er losfährt, bevor er seinen Motor überhaupt anlässt, eine Nachricht kriegt, wann denn für ihn ein günstiges Ausfahrtfenster bei der Straße letztendlich kommen wird. Das heißt, wir schauen uns die davorliegende Signalanlage an, schauen, wann haben beispielsweise Fußgänger grün. Und in dem Moment, wo Fußgänger haben, kann ja niemand mehr die Straße entlang fahren. Das heißt, in dem Moment muss auch für den LKW eigentlich ein freies Fenster sein. Das möchten wir ihm gerne mitteilen, mit der Hoffnung, dass er im Grunde nicht mehr anlässt, den Motor laufen lässt, dann aber letztendlich am Gehweg warten muss, weil er erst dann sieht, oh, ich habe ja gar keinen Platz, ich muss warten, bis eine große Lücke zwischen Fahrzeugen kommt, um einfahren zu können. Und all diese Wege und all diese Zeit, wo der Motor läuft, möchten wir gerne reduzieren, indem wir ihm da ein günstiges Fenster mitgeben. Und als letztes haben wir diese Fahrzeugerkennung. Das ist im Grunde eine Car-to-Car, also die Fahrzeuge kommunizieren miteinander, ein Use Case. Und da geht es ganz einfach darum, dass die Fahrzeuge sich auf dem Verladebahnhof nicht wirklich treffen können. Also wenn einer ausfahren möchte, einer einfahren möchte, ist nicht genügend Platz zum Wenden für beide. Das heißt, in dem Moment, wo ein LKW anfährt, möchten wir dem LKW, der ausfahren möchte, ein Zeichen geben, warte noch ab, ist es gerade ein LKW auf Anfahrt. Das heißt, er bekommt dort eben Informationen, bevor seine eigentlichen Sichtbeziehungen das zulassen. Ja, die Ergebnisse, die wir da jetzt kriegen, die bringen uns dann immer wieder so ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen. Wir setzen hier eine Technologie ein, die eigentlich marktreif ist, die dann so, sage ich mal, als mehr oder weniger Katalogware bestellen kann. Zumindest auf Seiten der Signaltechnik, der Infrastruktur. Und dann stellen wir solche Dinge fest, wie das zum Beispiel die Kartendateien zu groß werden, dass wir so viele Prognosen gar nicht gleichzeitig übertragen können, dass die Daten auch da zu groß werden, dass wir auch Probleme haben. Und generell Dinge zu prognostizieren, weil natürlich unsere Signalanlagen intelligent, verkehrsgerecht steuern. Und so haben wir auch Probleme, überhaupt gewisse Zeiträume vorhersagen zu können, weil die Signalanlage selber noch gar nicht weiß, was in zehn Sekunden geschalten wird. Weil es kann natürlich davon abhängen, wenn noch mal ein Fußgänger drückt, passiert was völlig anderes, wie davor vorgesehen war. Das heißt, wir haben ja Probleme, Prognosen überhaupt zu erstellen. Und all das sind solche Faktoren, die man erst bei der Durchführung so eines Projekts in der Realität feststellt und die sich teilweise, wie zum Beispiel bei den Problemen der Map-Dateigrößen oder der Prognosedateigrößen, im Grunde wieder bis zurück auf die Norm spiegeln, dass hier die Norm nicht ausreichend groß die Nachrichten dimensioniert hat. Genau, dann kommen wir auf der nächsten Folie. Noch mal so ein paar Impressionen, die das auch noch mal verdeutlichen sollen, was wir zum Beispiel gemacht haben. In dem ersten Fall haben wir Messungen der Signalstärke gemacht. Niemand konnte uns bei der Onboard-Unit, des Geräts im Fahrzeug, sagen, brauchen wir Außenantennen oder nicht. Das heißt, wir mussten einen Testaufbau machen, haben uns rausgestellt, haben gemessen und haben so zum Beispiel feststellen können, wir brauchen keine außenmontierte Antenne. Und im zweiten Teil sieht man Beziehungen, wo darstellt, wie weit denn die WLAN-Signale Signale empfangen werden können. Und das wiederum ist auch was, was natürlich entscheidend für einzelne Teile des Projekts war. Wenn die Sendereichweiten zu gering gewesen wären, hätten wir unsere Ziele anpassen müssen, weil sie mit den Sendereichweiten gar nicht erreichbar sind. Dann kommen wir jetzt noch mal, wie angekündigt, zur Phasenassistenz. Da geht es eben darum, dass wir tatsächlich so eine Art Grün-Bei anzeigen wollen und damit Anfahrvorgänge und Abbremsvorgänge etwas homogener zu machen, um da wieder den Umweltaspekt einzubringen, dass eben der Lkw-Fahrer umweltschonender fahren kann, weil er mehr Informationen zur Verfügung hat. Ja, im Grunde ist das dann auch eine Technologie, die für alle Verkehrsteilnehmer erreichbar ist. Also das, was bei uns draußen in der Realität jetzt schon läuft, kann jeder, der eine entsprechende Onboard-Unit in seinem Fahrzeug verbaut hat, auch benutzen. Und wenn er die entsprechende Software dafür an Bord hat, auch Anzeigen in seinem Display. Wir haben das dort eben gesondert gemacht. Also es ist tatsächlich was, was für alle empfangbar ist. Und da eben noch die Spezialität, um das noch hervorzuheben. Wir machen das Ganze lokal. Es gibt solche Systeme schon von anderen Herstellern, die dann auch über ganze Städte funktionieren. Die haben immer das Problem, dass sie statistisch auf Serverbasis funktionieren. Unseres funktioniert lokal. Das heißt, theoretisch mit diesem Vorgehen könnte jede kleine Kommune, jede Signalanlage auf dem Land, die vielleicht an nichts angeschlossen ist, keine Rechnerverbindung hat, auch keine Verbindung zum Internet hat, kann mit dieser Technologie problemlos nachgerüstet werden und kann dann solche Features mit diesem Phasenassistent verteilen. Gut, dann komme ich zum Fazit des Ganzen. Was wir jetzt hier festgestellt haben, dass eben eigentlich die Behörden, also wir als Infrastrukturbetreiber der Landeshauptstadt und eigentlich auch die Wirtschaft, in dem Fall jetzt Porsche, die gleichen Ziele haben. Wir wollen alle in den Bereichen intelligenter werden und digitaler werden. Wir als Infrastruktur haben das Problem, dass wir nicht bauen möchten, solange die Daten niemand nützt. Und wir wissen auch nicht, was wir bauen sollen, weil wir ja nicht wissen, was derjenige, der es nützt, dann eigentlich braucht. Und genau das Gleiche ist eigentlich bei den, jetzt hier bei der Wirtschaft, bei Porsche das Gleiche. Ja, Porsche kann es schwer in Fahrzeuge zu implementieren, wenn nirgends solche Daten gesendet werden. Also wir haben so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Einer muss vorangehen und wir haben jetzt hier eine Lösung gefunden, wo wir uns einfach zusammengetan haben, gemeinsam diese Schritte gehen und es ergibt auch absolut Sinn. Das haben wir festgestellt, diese Schritte gemeinsam zu gehen, weil wie ich es gerade festgestellt habe, wir wissen ja nie, was der andere liefern kann oder der andere braucht. Und dementsprechend können hier ganz klar beide Beteiligten, sowohl die Kommune als auch die Wirtschaft hier profitieren und neue intelligente Lösungen auf den Markt bringen. Und damit bin ich am Ende. Ich bedanke mich. Ja, wir bedanken uns, dass wir mal einen Einblick in ein Praxisbeispiel geben konnten und durften und geben dann gerne wieder zurück. Vielen Dank. Super, ja, von mir auch. Vielen Dank. Wir haben da noch eine sehr spezielle Frage im Chat. Wollen Sie da kurz drauf reagieren? Haben Sie den im Blick? Das ist eine Frage an Herrn Zierke. Nee, den hatten wir nicht im Blick, den Chat, weil man das hier nicht gesehen hat. Nee, die ist auch gerade erst jetzt reingekommen. Die ist an alle gegangen. Also ich brauche die gar nicht vorlesen. Die haben wahrscheinlich jetzt alle schon gelesen. Nein, das Licht ist noch. Ich kann aber, ich hatte im Juni 2019 im Auftrag des OB Werner Speck von Ludwigsburg wahrscheinlich die 5G-Funktionalplanstrategie in der Beratung für Ludwigsburg in Korn-Westheim zu Fünhausen abgeschlossen. Gibt es jetzt einen Ansatz zur Umsetzung? Vielleicht, wenn Sie ganz kurz dazu was sagen und vielleicht auch, wenn Sie möchten. Also da kann vielleicht der Herr Rittich Näheres zu sagen, weil, also Ludwigsburg ist nicht Stuttgart, das müssen wir schon mal sagen. Das ist ja eigenständig. Wir wissen, dass in Ludwigsburg auch Ausrüstung mit Roads hat, die wir jetzt laufen und verschiedene Sachen, aber Spezielleres können wir dazu auch nicht sagen. Gut. Also 5G, ich weiß nicht, ob das damals, da gab es so ein Zukunftsprojekt, Max-Meyer-Areal in Ludwigsburg, ob das in dem Zusammenhang mit war. Ich weiß nur, dass das Projekt nicht weiter verfolgt wurde, dieses Max-Meyer-Areal. Das war mit verschiedenen Teilnehmern, Bosch, also ganz breit gestreut, aber das ist, also aus meiner Sicht... Da rede ich Jens Opitz hier, vielleicht gehe ich mal direkt rein. Das war der globale Raumansatz bis zu Haufenhausen rein für 5G-Funktionalplanstrategien. Da waren also alle Wertschöpfungen innerhalb der 5G-Anwendermodelle drin enthalten. SWACO war ein Bestandteil für Industrie 4.0, Transport und Logistik explizit bis Euro geht Schenker, reingreifend in die DB AG-Anlagen von Convestheim. Deswegen die Fragen, weil das Komplex bis auf Stuttgart wirklich ging, das haben wir nicht getrennt betrachtet, weil ich die Infrastrukturvoraussetzungen von Stuttgart bis Ludwigsburg seit über 20 Jahren begleite. Also deswegen die Frage, was da eigentlich von Ihnen angekommen ist, was Sie dort umsetzen, weil wir nämlich dort auf eine zentrale Plattformlösung orientiert hatten, die notwendig ist, um das Ganze innerhalb der Gigabit-City von Stuttgart überhaupt handelbar zu machen in die angrenzenden Bereiche. Denn wir laufen ja in der Logistik bis vor auf die A81 und hoch bis zum Hamburger Hafen, schlüssig in den Gesamtkonzeptionierungen. Also wir haben ja nicht nur die Brille auf Ludwigsburg gehabt in dem Bereich. Also vielleicht sage ich zu dem Thema ein bisschen, was ich mitbekommen habe im Zuge Amtshilfe, hatten wir mit Ludwigsburg tatsächlich zu tun. Aber auch dort im Bereich Mobilität, Verkehr hat sich Ludwigsburg genauso wie die Landeshauptstadt eigentlich auf das Thema nicht 5G, sondern G5 committed, also WLAN-Standard. Das heißt, Ludwigsburg hat tatsächlich auch flächendeckend alle Ampeln beziehungsweise in Signalanlagen im Fachjargon mit Roadside-Units ausgerüstet. Das heißt, sie werden solche Dinge wie Phasenassistenzen, Grüne-Welle-Assistenzen und solche Geschichten, auch die Feuerwehr wird zum Beispiel in Ludwigsburg teilweise bevorrechtigt, wird über die gleiche Technologie laufen, die wir jetzt hier auch in dem Projekt einsetzen. Von Mobilfunk habe ich in der Menge jetzt selber nichts mitbekommen, muss ich sagen. Nee, das ist, als Sie das eben angesprochen haben, Herr Opitz, das ist dieses Projekt Max-Meyer-Areal, aber das wird nicht weiter verfolgt, weil es einfach zu komplex war. Ja, okay, vielen Dank. Ich würde vorschlagen, Sie geben die Bildschirmfreigabe nochmal zurück. Natürlich. Danke für die Beantwortung der Fragen. Wir sind jetzt so ein paar Minuten noch weiter hinterher, aber ich dachte, die Frage lassen wir auf jeden Fall einmal zu. Vielen Dank nochmal. Aber Herr Joachim Kling, sind Sie in den Startlöchern? Dann würde ich nämlich jetzt an Sie übergeben wollen. Ich bin in den Startlöchern. Vielen Dank. Hallo, hier auch aus Stuttgart. Und jetzt gebe ich nochmal den Bildschirm frei. Und dann ziehe ich mich aber aus der Videoübertragung glaube ich wieder zurück, wenn es geht, um etwas Bandbreite noch zu sparen. Ja, ich würde ganz gern ein bisschen Impulse geben zum Thema nachhaltiges oder umweltsensitives Verkehrsmanagement. Ich habe jetzt hier einen Vortragsfoliensatz, den haben wir gestern erst gehalten auf dem ITS Europe Congress. Sehen Sie es mir nach. Wir gehen kurz im Parforswirt durch. Die 45-Minuten-Version, die stelle ich gerne zur Verfügung. Die ist im Internet auch verfügbar. Ich möchte hier nur ganz kurz das Wichtigste eigentlich mal anreißen für diejenigen, die sich für das Thema interessieren, aber die vielleicht noch nicht so ganz direkt im Thema drin sind. Die grundsätzliche Herausforderung, die wir hier adressieren mit umweltsensitiven und nachhaltigem Verkehrsmanagement, ist, dass wir nicht nur den Verkehr priorisieren wollen und die Verkehrsleistung, sondern dass wir eben auf Nachhaltigkeitsfaktoren insbesondere Luftqualität abstellen. Wir haben in vielen Städten in Europa, in Deutschland eine nicht rechtskonforme Luftqualität. Es wird zwar immer besser, aber nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ich glaube, wir wissen alle jetzt spätestens seit Corona, es gibt auch Studien dazu, dass Luftqualität eben viel, viel mehr Todesfälle und Gesundheitsrisiken mitbringt, als uns das allen bewusst war. Also schätzungsweise in Deutschland irgendwas zwischen 20.000 und 30.000 Toten durch Verkehrsemissionen. Das ist also schon eine Ansage im Vergleich zu den 3.000 Verkehrstoten ungefähr durch Unfälle. Man sieht sie nicht so direkt. Deswegen wird es nicht ganz so verfolgt, wie man es vielleicht tun sollte. Und ein zweiter Aspekt, auch hier aus Stuttgart sehr prominent. Wir haben es hier mit einem Effekt zu tun, den wir auch bei Corona jetzt erleben, dass es Uneinigkeit gibt. Dass es also Menschen gibt, die sagen, ihr müsst viel, viel mehr tun, die da auch vor Gericht gehen. Und andererseits, dass es Menschen gibt, die sagen, ich bin nicht einverstanden mit den Maßnahmen. Ich habe mir jetzt hier eine nagelneue E-Klasse gekauft 2018 und jetzt darf ich da irgendwie nicht mehr in der Stadt rumfahren oder zumindest nicht in der Innenstadt. Und das ist natürlich blöd, die Situation für alle Entscheidungsträger, für die Verkehrsplaner, weil sie genau in dieser Zwickmitte drinstecken. Also es geht hier zum einen natürlich um Rechtsrisiken, aber es geht auch um Akzeptanzthemen, weil wir ja wollen, dass die Bürger mitgenommen werden, wenn wir bestimmte Maßnahmen verfügen. Und das führt am Ende, sagen wir mal, zu einem Ansatz. Links wäre es so, wie wir es im Grunde ja möglichst vermeiden wollen, dass wir sagen, wir sprechen, ich sage jetzt mal Masken, Ausgangssperren aus, also übertragen jetzt den Corona. Also harte Maßnahmen, die auf wenig Akzeptanz stoßen, die auf wenig Verständnis stoßen, wo dieser Zusammenhang erstmal nicht so ganz klar wird oder die einfach angezweifelt werden, dass sie was bringen in der einzelnen Situation. Bei Corona haben wir das mit Maskenpflicht, mit jetzt dem Shutdown und bei Umweltzonen oder Verkehrsverboten, Fahrverboten haben wir das auch. Davon wollen wir möglichst weit weg, also nur dann, wenn es wirklich zwingend nötig ist. Und wir wollen hin zu einer intelligenten Steuerung, dass wir möglichst feingranular und minimalinvasiv den Verkehr regeln können, dass wir mit weichen Maßnahmen, also App-basiert den Parksuchverkehr optimieren können. Da ist schon viel getan über Greenlight-Optimized-Speed-Advisory, Beschleunigungs- und Abbremsvorgänge verringern können, um da noch ein paar Prozentpunkte in der Emission zu verbessern, um Verkehrsrouting, um vielleicht die Geschwindigkeiten ein bisschen weniger einzuschränken als jetzt gleich auf Null. Das ist so, sagen wir mal ganz grob mal, was wir erreichen wollen. Und wie gesagt, ich komme jetzt ganz bewusst aus dem Blickwinkel Akzeptanz und Entscheidungsunterstützung einerseits, aber eben auch Akzeptanz herstellen, datenbasiert, weil die Konzepte an sich, die liegen auf der Hand, die sind klar. Der Verkehrsmanager oder die Verkehrsmanager wissen im Grunde, was zu tun ist. Die kennen auch, also die haben, in vielen Städten gibt es auch die Technik dafür. Was, glaube ich, noch ein bisschen häufig fällt, ist tatsächlich die Datenbasis, um diese Entscheidungen schnell und richtig treffen zu können und dann auch kommunizieren zu können. Und da glauben wir, dass wir mit diesen drei Dingen hier, also mit diesen drei Kriterien gut aufgestellt sind, die wir im Grunde datenbasiert beitragen wollen. Zum einen, wir wollen im Grunde die Datenbasis schaffen, dass man nachweisen kann, dass bestimmte Maßnahmen zwingend waren, zwingend oder eben geboten im Zuge einer bestimmten drohenden Grenzwertverletzung, sei es jetzt eine rechtliche Grenzwertverletzung oder sei es ein politisches Ziel, dass man sich setzen muss. Man darf ja durchaus auch besser sein, als es jetzt gerade mal das Gesetz erlaubt. Die WHO hat ungefähr so die halben Grenzwerte vorgeschlagen, die jetzt bei uns rechtlich gelten. Also da darf man sich auch durchaus daran orientieren wollen und sagen, das wollen wir erreichen und immer, wenn wir da drüber kommen, wollen wir bestimmte verkehrliche Maßnahmen verfügen. Und dann als zweites, dass die Maßnahmen eben angemessen waren, eben genau dieser, sagen wir mal, diese feine Balance zwischen so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Auch das wieder, ich möchte da immer wieder an diese Corona-Thematik erinnern und da sehen wir schon, wie schwierig das ist, Dinge zu vermitteln, obwohl wir ja direkt messbar Tote haben. Und das zeigt mir irgendwie, dass es noch viel schwieriger ist, wenn wir so potenzielle Gesundheitsrisiken, die irgendwann in der Zukunft stattfinden, wenn wir da einen Schulterschluss eigentlich erzeugen wollen. Deswegen ist das, glaube ich, ziemlich wichtig. Und dann als drittes, wir wollen natürlich nachweisen können, dass bestimmte Maßnahmen auch wirksam waren, dass wir genau das erreicht haben, was wir erzielen wollten, dass wir nachher sagen können, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wären wir jetzt wo ganz anders. Auch das wiederum bei Corona, dieser berühmte Spruch, there is no glory in prevention. Also je mehr wir Daten über solche Themen haben und je besser wir nachweisen können, was wir gemacht haben, warum wir es gemacht haben und wie es gewirkt hat, umso besser. Und das führt dann am Ende eigentlich zu diesem, ich will jetzt fast schon sagen, gut bekannten Ansatz in einem umweltsensitiven Verkehrsmanagement, dass wir Verkehrsinformationen natürlich flächendeckend sammeln können, darstellen können auf der Datenbank, dass wir aber auch Wetterdaten und Emissionsdaten und zwar möglichst nahe Echtzeit zusammenbekommen, um dann wirklich ad hoc dynamisch den Verkehr zunächst mal abbilden zu können, die Emissionssituation abbilden zu können, den Verkehrsbeitrag an der Emission darstellen können und dann bestimmte Maßnahmen erst mal ad hoc, aber natürlich auch geplant für die Zukunft uns ausdenken können, die evaluieren können, Michael Ortgesi hat es vorhin gesagt, durchsimulieren können, um die besten Maßnahmen auch im Gesamtkontext in einer ganzen Stadt, in ganzer Ampelzüge hinzubekommen und dann habe ich den Eingriff auch direkt in den Verkehr über die Verkehrsinfrastruktur, aber eben auch über andere Mittel wie zum Beispiel Apps hinzubekommen. Ich will ganz kurz noch ein bisschen illustrativ jetzt auf unser Air Quality Management Dashboard eingehen, wie sowas aussehen könnte, damit man sich einfach ein bisschen Bild macht im Sinne einer User Journey. Jetzt führt mir hier ein bisschen der Rechner ein. Der erste Schritt ist, dass wir mal überhaupt Luftqualität darstellen. Wie gesagt, wir wollen den Verkehr nicht nur in Richtung Transportleistung optimieren, sondern wir wollen Luftqualität im Grunde mitbewerben. berücksichtigen, eine gute Balance finden. Das heißt, wir schauen uns erst mal an, wie ist eigentlich die Luftqualität gerade und zwar wirklich jetzt gerade. Das ist wichtig, dass wir da eben nicht nur die Passivsammler da nehmen können und wissen, wie war es den letzten Monat, sondern jetzt gerade vor zehn Minuten im Idealfall und sogar vorausschauen. Also wie haben wir neuronale Netze trainiert? Wir kommen mittlerweile bei über 85 Prozent Wahrscheinlichkeit raus für die nächsten 72 Stunden, sodass man sich eben vorausschauend auf bestimmte Luftqualitätssituationen einstellen kann. Und dann wollen wir natürlich im Grunde korrelieren mit dem Verkehr. Was wird man hier jetzt sehen als Verkehrsmanager? Da ist eine Messstation, da haben wir Stau in der Nähe und dann weiß der Verkehrsmanager wie kriege ich den Stau da weg im Idealfall. Da würde man jetzt vielleicht zartnern, keine Ahnung, man würde Ampelschaltungen optimieren, sodass eben da weniger zähfließender oder stillstehender Verkehr entsteht. Und im Idealfall können Sie dann rechts auch noch sehen, was bedeutet das denn für die Luftqualität? Wie wird sich die denn verändern? Jetzt haben wir hier ein Beispiel, da wird es nicht ganz reichen, um diesen Grenzwertsatz einzuhalten. Und deswegen würde ich den Blickbring noch mal ein bisschen ändern. Eigentlich interessiert uns nicht nur der Stau, der ist natürlich in der Regel schon sehr, hat einen Einfluss auf Luftqualität, uns interessiert aber in Wirklichkeit der emissionsverursachende Verkehr. Das ist quasi Ausbreitungsrechnung rückwärts, weil nicht nur der Stau, der Stillstand, sondern eben auch Beschleunigungsbremsvorgänge und einfach viele Fahrzeuge und dann in Kombination mit der Windrichtung, mit bestimmten Wetterphänomenen und Gebäudestrukturen, die sorgen eigentlich dafür, dass die Luft da ankommt, wo wir sie gemessen haben vorhin. Und wenn wir das uns anschauen, gibt es schon ein ganz anderes Bild. Da ist eben nicht der Stau, der vorhin ganz unten war, interessant, sondern die Situation. Das heißt, mit diesem Bild kann der Verkehrsmanager jetzt geeignetere Maßnahmen sich eigentlich ausdenken und umsetzen. In dem Fall würden wir jetzt sehen, es funktioniert. Wir bleiben unter dem Grenzwert. Und jetzt sind wir noch mal ganz perfide und drehen einfach mal die Windrichtung. Und dann würden wir feststellen, jetzt ist der emissionsverursachende Verkehr da unten. Wenn wir die gleichen Maßnahmen, die gerade bei Nordwind gut waren, anwenden würden, dann würden sie gar nichts oder ganz wenig helfen. Und deswegen müssen wir bei der exakt gleichen Verkehrssituation, bei der exakt gleichen Luftqualitätssituation, müssen wir aber andere Maßnahmen anwenden. In Abhängigkeit vom aktuellen oder eben prognostizierten Wetter. Das ist so ein bisschen der Parforce-Ritt durch das Thema, wie ein umweltsensitives oder nachhaltiges Verkehrsmanagement jetzt hier aussehen kann. Wie gesagt, auch nur ein kleiner Ausschnitt. Und damit will ich auch nicht die Zeit überstrapazieren. Zehn Minuten. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen geschafft. Zusammenfassen jetzt einfach nochmal. Wir haben Luftqualitätsthemen in vielen Städten, sei es jetzt von der rechtlichen Seite her, sei es einfach, weil es uns der gesunde Menschenverstand sagt und weil es Studien gibt, dass Luftqualität sehr, sehr wichtig ist für Gesundheit und auch verantwortlich für Todesfälle, für viele Todesfälle. Alle Maßnahmen, die wir verfügen, haben entweder Rechtsrisiken oder eben auch Akzeptanzprobleme zufolge. Das ist ein ganz großes Problem und ich denke, Corona ist dann leider, sagen wir mal, gutes Beispiel in Anführungsstriche, wie selbst bei solchen Themen noch diskutiert wird, ob irgendwie was geboten und richtig ist und akzeptiert wird. Und dagegen müssen wir im Prinzip angehen mit guten Daten, mit auch eher minimalinvasiven, ausgewogenen Ansätzen. und ich hoffe, das habe ich jetzt einigermaßen in der Zeit und auch vom Content her vermitteln können und wünsche uns jetzt noch weiterhin eine schöne weitere Veranstaltung. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank, Herr Klink. Nochmal an dieser Stelle an alle Referenten, vielen Dank. Und jetzt kommen wir zu dem Abschnitt der Parallelen Sessions. Die vier Stück sind dort eingeblendet und ich glaube, ich muss jetzt gar nichts machen. Das macht die Regie. Ist das richtig? Das ist korrekt. Super. Dann viel Spaß in den Sessions. Ja, vielen Dank. Dann würde ich einfach mal so an Karl Ernst Müller wieder zurückgeben. Vielen Dank. Das jehe Ende. Jehe ist Ende. Das tut mir natürlich leid. Genau, also ich hatte das so ungefähr mitgeschnitten, dass wir mindestens 15 Minuten überzogen hatten, habe dann gesagt, ja gut, dann 10, 15 Minuten drauf. Habe jetzt nicht mitbekommen, dass ihr ja die Zeit, oder hatte nicht auf dem Schirm, dass ihr dann eben ganz hart die Zeit braucht und dass da noch ein Dialog stattgefunden haben könnte. Ja, das ist natürlich jetzt, das tut mir leid. Jetzt würde ich aber aufgrund der Tatsache einfach dann zum nächsten Schritt übergehen und übergehen müssen. Und Petra Geier, das wäre jetzt eigentlich daran, dass wir eine Diskussion haben beziehungsweise noch einmal ganz kurz die vier Sessions zusammenfassen. Genau. Da würde ich eigentlich mit der ersten Session beginnen. Geht das schon, oder ist das natürlich jetzt noch mehr? Ja, ist ein bisschen knapp die Vorbereitung dazu. Ich hoffe, ich vergesse jetzt auch nichts. Also es gibt, so aus meiner Sicht jetzt die Zusammenfassung, es gibt in vielen Kommunen und Städten seit vielen Jahren interessante und erfolgreiche Pilotprojekte, von denen aber dann die ein oder andere vielleicht nicht verstetigt wurde, will ich mal sagen. Wir haben unterschiedlichst von Stuttgart und Baden-Württemberg gehört. Das jetzt nicht im Zusammenhang mit der Nicht-Verstetigung. Es gibt unterschiedliche Initiativen, wie zum Beispiel von Dr. Krams von Metschreiter vorgestellt, wurden im Bereich Gemeinschaftsverkehre, also wie Bürger nehmen Bürger mit und auch die Mitfahrbänke und unterschiedliche Lösungsansätze im Ridesharing. Die Keywords, die ich eigentlich mitnehme für die Zukunft der Digitalisierung des Verkehrs, sind zum einen das Wort vorausschauend, also predictive und zum anderen insbesondere und ganz stark das Thema Vernetzung auch hinsichtlich solcher sogenannten Cross-Marketplaces wie BillX vorbestellt und dabei darf man bei allem nicht vergessen, die Bürger mitzunehmen und entsprechend die Mobilitäts-Apps auch barrierefrei zu gestalten. Ich würde sagen, Klaus, mach du einfach den letzten Satz, weil den konnte ich jetzt nicht, also euren Teil, mach du da einfach noch einen Satz dazu, dann passt es, denke ich. Ja, ich glaube, die Vernetzung und die Zusammenarbeit, die ist nicht nur digital, sondern die ist auch analog, klassisch in den Verbänden aus Verbandsinitiativen können wirklich auch tragfähige Geschäftsmodelle entstehen, wie wir es jetzt bei der Smart-Parking-Initiative gesehen haben. In der Zwischenzeit sind da auch DAX-Konzerne unterwegs, alle Automobilhersteller, mehr oder weniger. Das neueste Projekt, das hatte ich noch, Entschuldigung, nicht vergessen, aber das sollte ich noch sagen. Unser neuestes Projekt, das wir machen, ist unsere Rust-Initiative, also die herstellerunabhängige Standardschnittstelle für Mobility-as-a-Service-Applikationen zu öffnen und da werden wir hoffentlich im nächsten und übernächsten Jahr die ersten Ergebnisse haben. Und jetzt möchte ich dir gleich nochmal den Ball zurückwerfen. Du hast kurz angesprochen zum Thema Vernetzung, meinen Ball aufgenommen und hast von Vernetzung von Verbänden gesprochen. Dann kannst du vielleicht auch, wenn du möchtest, einen Satz sagen, wie sich auch die Verbände konsolidiert haben, zusammengefasst haben, weil das ist ja im Fluss, ITS Germany, ITS Deutschland und so weiter, da hat sich ja auch einiges getan, sodass nicht nur eine Vernetzung, sondern eine Verschmelzung, dass man hier einfach auch mehr Kraft hat und verschiedene zusammengeführt haben. Wenn du möchtest, vielleicht hier noch einen halben oder ganzen Satz dazu. Ja, auch dazu wirklich einen Satz. Wir haben in den, oder vor drei Jahren sah die ITS Verbandslandschaft, war in Deutschland sehr heterogen, sah die aus. Wir haben jetzt begonnen, die Verbandslandschaft zu harmonisieren und sind da weiterhin mit großer Kraft dran und sind bisher auch sehr erfolgreich und wir sind auch der festen Überzeugung, dass wir hier weiter erfolgreich sein werden. Super, vielen Dank. Dann würde ich gern zu Frau Monika Gernei übergehen. Dabei das Thema Mobilität und Nachhaltigkeit durch die Nutzung von Fahrzeugdaten. Wie ist es Ihnen ergangen? Es war auch bei uns, gab es eine rege Diskussion. Vielleicht kurz dazu, was ich gezeigt habe. Ich habe kurz den Hintergrund der BMW Datenstrategie und unserer Zusammenarbeit mit Städten erläutert und auch gezeigt, dass Städte immer mehr am Thema Daten interessiert sind. Auch gerade das Thema digitales Verkehrsmanagement ist immer wichtiger und für uns gibt es da verschiedene Daten, mit denen wir dort anknüpfen können. Zum einen mal das Fahrzeug als rollenden Sensor zu verwenden und tatsächlich auch Dinge zu messen wie Temperatur, Helligkeit, aber auch Schadstoffbelastung. Zum anderen aber eben auch Mobilitätsdaten. Ich habe da ein paar Use Cases geschildert und unsere Diskussion drehte sich dann sehr stark darum, welche Daten werden denn gesammelt? Wie werden die gesammelt? Und eben auch das Thema Datenschutz war nochmal ein wichtiger Punkt. Ist das jetzt eine Datenkrake? Sammelt BMW alle meine Daten und verwendet sie dann irgendwie mit Städten weiter, ohne dass ich davon weiß? Das heißt, da haben wir dann nochmal drüber diskutiert, dass natürlich Daten nur mit Einwilligung des Kunden erhoben werden, auch eine Weitergabe erfolgt, nur mit Einwilligung des Kunden und dass sie auch tatsächlich die Daten, die wir erheben, alle über unsere BMW Car Data Plattform auch anschauen können. Dass aber natürlich die Interaktion eines Fahrzeugs mit der Stadt sowohl für den Kunden als auch für uns, als auch für die Stadt natürlich Vorteile bietet, weil wir damit Stau minimieren können. Wir können damit Verkehrsfluss leiten, wir können in bestimmten Zonen einen E-Antrieb ermöglichen und so weiter. Das heißt, das Feld ist für uns auch interessant, weil wir da in Kooperationsprojekten mit Städten eben auch Themen lernen können. Also ich glaube, das ist ein Feld, in dem alle noch dazu lernen können, das Thema Datenmanagement, sowohl Städte als auch Datenlieferanten, also nicht nur wir, sondern auch andere Dinge, Infrastruktur liefert ja, liefern ja Daten und hier eine gewinnbringende Kooperationen zu erzeugen, helfen, denke ich, dem gesamten städtischen Ökosystem. Super, vielen Dank. Dann hatten wir die Session 3, Dr. Sören Kerner. Auch an Sie die Frage, gibt es was Besonderes zu berichten und was war sozusagen der Verlauf? Also ich würde sagen, es war definitiv eine sehr interessante Session. Ich habe einiges darüber berichtet aus dem Bereich Plattformen, Lernende Systeme, wie wir für den Standort Deutschland das Thema Lernende KI, maschinelles Lernen als sehr, sehr wichtiges Thema sehen, dann auch aus meiner Position bei Fraunhofer, dass wir eben zum einen die Umsetzung auf realer Hardware in Form von IoT und von entsprechender autonomer Robotik als einen sehr, sehr wichtigen Standpunkt sehen, um dieses auch durchgehend zu nutzen. Ich habe das an einem Beispiel für eine autonome, resiliente Lieferkette einmal durch exerziert, mit Beispielen gezeigt, um zu zeigen, wie man das hinbekommen kann, dieses auch durch KI entsprechend nachhaltig und selbstorganisierend resilient hinzubekommen und ein bisschen versucht, nochmal darzustellen, was wir als sehr, sehr wichtige Themen dafür sehen, um das auch wirklich für den Standort Deutschland zu realisieren, gerade im Bereich Simulation oder Lernen durch Simulation noch einiges gezeigt. In dem Bereich, würde ich jetzt sagen, war auch nachher, wir hatten nachher noch eine sehr angeregte Diskussion über 25 Minuten. Ich habe mich im Vortrag ein bisschen beeilt, dass wir das noch hinbekommen konnten. Ich denke mal, das war auch sehr, sehr fruchtbar, diese Diskussion. drehte sich sehr darum, um das Thema Nachhaltigkeit für den Standort Deutschland. Würde das quasi Disruption erzeugen, wie nachhaltig ist das für Arbeitsplätze, wie entwickelt sich das und ich denke, dass gerade diese Kombination wirklich aus entsprechender Ingenieursleistung auch im Bereich der IoT- und Robotiksysteme bei uns, aber eben auch mit dem Thema durch die Simulation, dass da die Möglichkeit besteht, diese eben was als Datenkrake bezeichnet worden, also dieses Datensammeln, was die Amerikaner und die Chinesen machen, dieses eben sehr, sehr stark aufzuholen, weil wir wirklich hinkommen, mittlerweile auch in der Simulation Daten zu erzeugen, die sich nachher fürs Lernen auf dem realen System eignen, dass wir das als sehr, sehr wichtigen Keypoint sehen für die Zukunft, um auch wirklich da nachhaltig den Standort Deutschland, wenn ich Deutschland sage, meine ich immer Deutschland und Europa, das habe ich dort auch nochmal ausgeführt, entsprechend auch wettbewerbsfähig zu halten und das Thema nachhaltig da auch voranzutreiben. Vielen Dank. Super. Ja, dann haben wir noch eine Session. Wer möchte da einmal ganz kurz sagen, wie es verlaufen ist, was sind so die Keypoints, die wir hatten, Herr Becke, Herr Klavin? Da ging es ja darum, warum Verhaltensänderung die Mobilitätswende entscheiden wird, also vielleicht nochmal ganz kurz, was wir besprochen haben und wie Sie es empfunden haben. Ja, gerne. Also wir haben The Good Journal vorgestellt, eine Initiative, die das Mobilitätsverhalten in unseren Städten verbessern soll und quasi als Herzstück einen tatsächlich Mobilitätsindex hat, so wie wir ihn auch eingangs in der Impuls-Diskussion schon mal kurz angesprochen haben, der quasi als einfache Zahl uns jeden Tag in der Stadt zeigt, ob wir uns gut oder schlecht fortbewegen und was wir tun können, um das besser zu machen, so ähnlich wie die Temperatur oder das Wetter, was wir auf digitalen Screens dann in der Stadt promoten und displayen, um einfach erstmal überhaupt für das Mobilitätsverhalten zu sensibilisieren und dann in weiteren Schritten das natürlich auf Apps zu personalisieren und das Nudging weiter zu betreiben. Das ist jetzt mal so in einem ganz kurzen Satz zusammengefasst. Das Ganze ist als Initiative aufgesetzt, als Allianz aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, wo wir schon einige Partner an Bord haben und das Thema jetzt gemeinsam weiter treiben. Und ja, es war auf jeden Fall spannend, das vorzustellen. Es kamen tolle Nachfragen, auch kritische Nachfragen, was sehr gut ist, was immer wieder dazu führt, dass wir auch selber über das Konzept und Projekt weiter nachdenken können. Insofern habe ich das als sehr tollen Austausch empfunden, Christian. Ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen kannst. Genau, es ging vor allen Dingen darum zu überlegen, was ist denn die psychologische Motivation, das Verhalten zu ändern? Wie kann man sozusagen Leute motivieren, jenseits von Fingerpointing, jenseits von Verzicht? Und du musst sozusagen Punkte sammeln für nachhaltig zurückgelegte Kilometer, Belohnungen dafür bekommen, Rankings zwischen Städten zu machen. Das waren so ein paar Dinge, die von den Teilnehmern angesprochen wurden und ein Feedback hat uns besonders gefreut, wo gesagt wurde, Mensch, vielleicht kann man so einen Good Turn Index auch auf andere Lebensbereiche anwenden. Also sozusagen das Zwölf-Punkte-Programm zu einem besseren Menschen. Okay, super, vielen Dank. Ich hatte gerade eben auch im Chat nochmal gepostet, falls noch Fragen offen sind, die jetzt irgendwie entweder aus den Impulsen am Anfang oder aus den einzelnen Chats stammen, dann wäre jetzt noch dazu eine gute Gelegenheit. Da können Sie ja nochmal in sich gehen und den zweiten Punkt, den ich auf jeden Fall noch machen möchte, ist, dass es ja morgen früh weiter geht bei unserer Jahreskonferenz um 9 Uhr haben wir das Thema Klima wieder mit einigen Breakout-Sessions tatsächlich mit noch mehr. Da haben wir, glaube ich, acht Breakout-Sessions. Da können Sie sich gerne auf unserer Internetseite nochmal informieren beziehungsweise auch sich anmelden. Dann würden Sie wieder die Anmelde im E-Mail bekommen und alle Informationen mit dem Link. Und ansonsten, ich gucke nochmal hier oben in meiner Leiste, wenn es da keine weitere Wortwählung gibt, sind wir im Prinzip auch schon durch. Ich hätte einen Hinweis in einer Woche sozusagen für unsere Jahreskonferenz, nämlich den kleinen Hinweis noch auf unsere Umfrage für Feedback, damit wir natürlich auch in den nächsten Jahreskonferenzen noch ein Stückchen besser werden. Der Link ist auch schon im Chat gepostet. Dankeschön. Bitteschön. Dann steht hier noch, gibt es eine Aufzeichnung online? Ja. Die wird es geben. Wir müssen das noch alles mit den Rechnern hier verbinden und dann hochladen. Einmal kurz sichten, schneiden, hochladen. Die gibt es aber auf der div-konferenz.de und dann ist es Dokumentation, glaube ich. Die wird da schon angezeigt. Ach so, da sehe ich auch schon den Link. Insofern ist das auch schon beantwortet mit einem Link. Ja, dann sage ich vielen Dank an alle Referenten, Impulsgeber und vor allem natürlich unsere Teilnehmer und wünsche noch einen schönen Abend und hoffe, dass wir uns morgen nochmal wiedersehen. Vielen Dank und Reaktion, ich wink mal, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.